hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge mit another brick in mall wir gucken mal was wir heute hier noch ja zustande bringen sag ich mal also wir haben ja in der letzten folge erstmal so ein bisschen expandiert mit unserem geschäft und werden da jetzt entsprechend auch noch ein bisschen ausbauen jetzt können wir erst mal gucken können wir erst mal gucken was uns denn hier im store noch fehlt ich glaube aber nichts mehr wir können es nur noch einmal ein bisschen anders aufbauen objekts so futscher fangen wir damit wieder an auf kuh kann man das drehen sieht nicht anders aus okay dann lassen wir die erst mal aufbauen dann gucken wir mal können wir uns vielleicht auch schon mal gedanken machen welche richtung wir überhaupt expandieren die sind hier noch beschäftigt okay das wollte ich jetzt nicht ich kann da kein stuffpark platz hin bauen okay das ist wahrscheinlich weil das am kartenrand ist dann bauen wir die einfach mal hier hin das ist dann erstmal die für die bauarbeiter bauen wir hier noch ein bisschen straße hin dann gucken mal dass wir vielleicht unter umständen das nächste geschäft schon bald bauen können das dauert aber noch ein bisschen erst mal kriegen wir eine alkoholizenz bald das hatten wir jetzt breakfast cereals ich muss mal den ton ein bisschen leiser machen glaube ich das ist ein bisschen sehr laut zumindest habe ich das gefühl so dann snacks cookies so dann können wir die hier nämlich alle weg machen remove objekts und walls die da weg und den da weg und dann kommen gleich die nächsten regale hier hatten wir kühlen diesen shelves normale okay müssen wir mal schauen jetzt habe ich wahrscheinlich zu viel gebaut da müssen wir mal schauen so wir können auf jeden fall hier weg machen die hier weg machen und die hier und dann können wir hier anfangen wieder einzusortieren so haben wir das ganze ein bisschen übersichtlicher vielleicht bewegen sich unsere kunden dann ja auch ein bisschen organisiert da sage ich mal durch das gebäude toll ist die anderen bleiben erstmal leer jetzt können wir aber mal gucken ob wir vielleicht sogar schon sachen haben die wir in dieses kühlding da reinpacken können können wir mal hier bauen wir einfach mal ein paar hier hin gucken wir gleich mal gucken wir gleich mal und da können wir auch ganz viele sachen reinpacken also erstmal bier milch da müssen wir noch mehr von haben also ist unser laden immer noch zu klein anscheinend da sieht gut aus hier haben wir noch zwei neue sachen die wir dort einbauen können okay dann dann müssen wir wieder ein paar objekte rausnehmen nehmen wir die hier raus und die hier auch lassen den platz erstmal so wie er ist dann gucken wir hier nochmal rein da haben wir alles drin okay und dann wollen wir hier nochmal ein paar food chefs rein wo sind unsere kassen hin was habe ich jetzt kaputt gemacht Habe ich das ausser sie mit abgerissen, dann müssen wir die schnell nochmal wieder neu bauen. Hier mal ein bisschen wand rein und dann gucken wir hier nochmal so likör und wein der hier Ok wunderbar. Dann gehen wir mal ins Research. Und Nachtarbeit finde ich gut. Müssen wir uns zwar mehr Personal genehmigen, aber... Ok wir müssen ein Restaurant bauen. Definitiv. Und die Checkout Carries sind voll, also müssen wir nochmal Personal einstellen für den Supermarkt. Manage Store. Stuff. Und dann nochmal jeweils zwei Kassierer einstellen. Und dann müssen wir die anpassen. Also 5 Uhr und 9 Stunden. Und 9 Stunden. Und der hier hat dann 14 Uhr und auch 9 Stunden. Ok. Wieso habe ich da jetzt eine Lücke drin? So. So dann sind alle drei Kassen besetzt. Was ist das jetzt? Achso das sind wahrscheinlich die, die dann nun wirklich da waren. Aber egal. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal die Nachtarbeit freischalten. Und dann würde ich sagen, erforschen wir danach direkt das Restaurant, dass wir mal einen neuen Laden hier in unsere Shopping Mall bekommen. Und zur Not können wir hier auch nochmal ausbauen. Straße haben wir hier definitiv erstmal genug. Da können wir aber auch gerade anfangen, nochmal ein bisschen zu bauen, während wir noch warten. Und zwar werden wir hier einfach mal die Straße rüberziehen. Und hier ganz viele Parkplätze. Und dasselbe natürlich auch. Hier oben noch nicht. Ne, hier oben machen wir noch nicht. Weil da müssen wir erstmal gucken, inwiefern wir... Ne, der kann wieder removeen. Müssen wir erstmal gucken, inwiefern wir das was dort hinbauen und wie wir der Customer Parking und sowas dorthin bauen. Wobei ich dort auch schon eine Idee habe. So, was haben wir hier für Beschwerden? Und das Restaurant. Okay, das sind noch die alten Meldungen. Die muss ich mir mal angewöhnen zu lesen, dass wir besser darauf eingehen können. Unser Stockklerk, der kommt richtig schön hinterher. Also unser Lieferjunge, sag ich mal. Alle Regale kontinuierlich voll, aber wir kommen mit unseren Kassen definitiv mal nicht hin. Also werden wir dort nochmal ein bisschen was machen müssen. Dann machen wir das Ganze hier nochmal ein bisschen größer. Ist ja kein Problem. Weil, jetzt kann ich eigentlich auch Boden bauen. Floor, Tiles. Ja, das geht auch. Okay, müssen wir mal im Auge behalten. Nochmal gucken. Customers leaving the center because they are hungry. Okay, die Restaurantmeldung und Checkout-Kurser full. Okay, also nochmal zwei Kassen inbauen. Wie sieht das hier oben aus? Vier Stunden noch. Mittendrin Arbeit abbrechen, das haben wir besonders gern. Wo sind unsere Bauarbeiten? Hinten aber, wieso bräuchte ich hier die Wände nicht weiter ab? Hm? Hm. Huh. Da? Ja? Da? Da? Na? Da? 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 So, ein Restaurant wollen wir haben. Ich search this project. Find ich gut. Jetzt müssen wir nur gucken, wo sind unsere Handwerker. Warum Handwerkert ihr nicht? So, jetzt haben wir's. Gut. Dann select, manage store und dann stellen wir uns nochmal zwei Cashiers ein. So, jetzt ist irgendwo noch ein dunkler, das ist der da. So, fertig. So, dann sollten wir die eine Meldung da zumindest für morgen schon mal behoben haben. Also für den morgigen Spieltag. So, jetzt mal gucken. Das Restaurant wollen wir planen. Heißt, wir werden jetzt hier erstmal... Ich glaube, das Wichtigste wäre erstmal, dass wir uns mehr Bauarbeit heranholen, damit das alles mal ein bisschen schneller geht. Wir haben jetzt hier vier Stück. Die werden wir jetzt auch nochmal... Bilder? Bilder? Sind alle scheiße. Aber egal. Ob sie machen ihre Arbeit. So, dann. Nur Bilder wollen wir haben. Fängt um 0 an, arbeitet acht Stunden. Du fängst auch um 0 an und arbeitest acht Stunden. Du fängst um 8 an. Du fängst um 8 an. Du fängst um 16 Uhr an. Du fängst auch um 16 Uhr an. Und du wirst gefeuert. So. 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 Wir konnten nämlich zwei... Leute da, die hier bauen. Dann fangen wir jetzt hier erstmal an das Restaurant zu planen. Hier ist ähm... Eigentlich erstmal noch nix. Da hätte ich eigentlich gerne die Anlieferung hingemacht. Aber... Und es geht aber in die Kohlen. So ein Restaurant zu bauen. Okay. Aber macht mal. So. Dann. Ein bisschen Floor. Hier nochmal wieder hin. Da. Wo sind unsere Kassierer? Ich hatte doch eigentlich genug eingestellt. Da. Hm. Wir fehlen ja irgendwie Kassierer. Oder kommen die erst morgen. Wie sieht das eigentlich mit den Öffnungszeiten aus? Die kann ich doch jetzt eigentlich auf 0 Uhr stellen. Ja. Die kann ich auf 0 Uhr stellen. Und 24 Stunden. Okay. Dann. Können wir hier nämlich auch nochmal wieder ummodeln. Ähm. Nur die Caches. So. Dann fangen auch drei Stück. Erstmal eins. Zwei. Drei. Du fängst dann um. Acht an. Du fängst um acht an. Ne. Und du fängst um acht an. Dann um 16 Uhr. Und die lasse ich auch dann einfach mal überschneiden. Acht. Sechzehn. 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 Dann nochmal wieder einen um 0 Uhr. Acht. 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 Du fängst dann bitte um 16 Uhr. Acht. Jetzt haben wir aber irgendwo noch eine Spitze. Keine Ahnung warum die da jetzt ist. Also. Achso. Ja klar. Wir haben hier die neun Uhren. Die neun Stunden nicht eingestellt. Dann passt das wieder. Genau. Wunderbar. So. Dann sollten wir damit erstmal hinkommen. Dann würde ich sagen, dass wir uns in der nächsten Folge erstmal mit dem Restaurant beschäftigen. Da fehlen ja noch ein paar Minuten bis das researcht ist. Nämlich zwei Tage noch ingame. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin von mir wie immer ein gepflegtes Reingehauen auf Wieder schauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.